Die dritte Chanson ist eine Chanson von Teneré Désert. Teneré ist ein Plan des Déserts. Es braucht eine Katkat. Es gibt keine Luft, keine Bäume. Es ist ein bisschen kompliziert. Es braucht einen Guide, der die Déserts kennt, oder jemand, der die Ätoile kennt. Oder der Bussol. Wenn man sich in der Wüste so schlecht zurechtfindet, braucht man einen Führer, zumindest jemand, der den Weg hält, oder mindestens die Sterne. Es ist kompliziert. Teneré, du wirst nicht die Straße kennen, weil es keine Tränen gibt. Und in der Wüste sieht man eben die Pfade schlecht, weil es schnell wieder verweht wird. Es ist schwierig so einen Weg zu finden. Aber die vraie Tuareg kennen die Teneré gut. Sie guiden sich mit den Ätoilen. Sie kennen den Westen mit den Ätoilen. Sie können die echten Tuareg finden einen Weg, in dem sie sich an den Sternen orientieren. Aber es geht mit dem Ätoile. Und in den Üste tieren kann man sich ein wenig st Dubb. Ich bin die Teneré. Ich bin die Ammen. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017